Du lernst, wie du deinen Keyword-Recherche-Prozess für Google SGE, andere KI-erweiterte Suchmaschinen und Chatbots weiterentwickelst. Viel Spaß! Wie wird sich Keyword-Recherche ändern? Bei Google SGE und Chatbots dreht sich alles um Antworten. Die kleinstmögliche Einheit ist nicht die Seite, sondern eine einzelne Antwort. Deswegen werden sich auch Keywords einfach weiter aufwächern. Gleichzeitig wird die Veränderung aber für gute SEOs relativ gering sein, wie du auch in weiterer Folge sehen wirst. Wir müssen einfach anfangen über Content in Antworten zu denken oder in Content-Chunks. Dazu springen wir ganz kurz in ein experimentelles Tool von Market Brew. Das ist ein SGE Visualizer und was dieses Tool darstellen will, ist, wie SGE auswählt, welche Ergebnisse es dann zitiert, um eine generative Antwort zu generieren. In einer der letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, über das Rack, Retrieval, Augmented Generation und so weiter. Letzten Endes, das baut darauf auf. Und was wir jetzt hier sehen, ist für die URL, was ist SEO von uns. Das Main Keyword sind SEO und Suchmaschinenoptimierung. Ein Secondary Keyword ist, was ist SEO. Dieses Tool bewertet Teile von deinem Content, wie relevant die zu dieser Suchanfrage sein. Und je relevanter das zu dieser Suchanfrage ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die Voraussetzungen passen, Autorität etc., dass du dann in SGE im Snapshot zitiert wirst. Letzten Endes, um das vielleicht zu visualisieren, wie sich Keyword-Recherche für dich weiterentwickeln wird oder vielleicht machst du es schon so, dann ist alles eh wunderbar, ist sowas. Klassisches SEO ist, du hast ein Main Keyword, Wohncontainer. Wir verwenden heute das Beispiel Wohncontainer. Dann habe ich ein paar Secondary Keywords, wo ich mittels SERP-Overlap geprüft habe, ob ich das mit einer Seite ranken kann, wann kann ich den kaufen etc. etc. Und das ist das Basic SEO. Und in Zukunft wird es darum gehen, das macht man jetzt auch schon, aber es wird dann schon more sophisticated. Wir haben Fragen und liefern im Content systematisch die Antworten zu diesen Fragen in einem Format, dass sie von SGE aufgegriffen werden können. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Kurz nochmal zur Wiederholung, Keyword-Recherche heute. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass du eine saubere Keyword-Recherche hast und eine fertige Keyword-Map, die in etwa ungefähr so aussieht. Du hast deine URLs gemappt, du hast ein Main Keyword zu jeder Seite oder ein Focus Keyword, du hast Secondary Keywords, du hast eingestuft, was das für ein Seitentyp ist etc. etc. Und jetzt nehmen wir nochmal an, wir vertreiben Wohncontainer und wir bauen eine Seite, die ranken soll für Wohncontainer. Wie wählen wir schnell und einfach aus sekundäre Keywords, die wir mit derselben Seite ranken können? Wenn wir keine Tools haben, installieren wir sowas wie den Keyword-Surfer, suchen bei der richtigen Version nach Wohncontainer, dann schlagt uns Keyword-Surfer schon andere Keywords vor, sagt uns, wie groß der Overlap ist. Das ist eine schnelle und einfache Variante, aber sie ist auch dreckig bzw. ungenau. Wenn wir es genauer machen wollen, aber langsam verwenden wir sowas wie das SERP-Overlap-Tool und geben ein Wohncontainer, Wohncontainer-Kosten, dann sagt uns dieses Tool, wie groß die Überlappung ist, zeigt uns die beiden SERPs nebeneinander an und wir sehen schon, okay, da gibt es zweimal auf Platz 2 die gleiche URL. Das heißt, wahrscheinlich können wir beide Keywords mit einer Seite ranken. Und wenn wir das Ganze ein bisschen mehr eskalieren wollen und auch bezahlte Tools haben, dann verwenden wir Ahrefs, suchen nach Wohncontainer, schauen uns die URLs an, die hier ranken, dann klicken wir auf Keywords für die, die ranken, dann ladet es kurz, weil Ahrefs immer ein bisschen kurz ladet. So, dann sind wir da drin. Das heißt, unser Main-Keyword war ja Wohncontainer. Dann sehen wir, okay, die ranken auch für Wohncontainer kaufen auf Platz 2, für Wohncontainerkosten auf Platz 4, für Wohncontainerpreise auf Platz 1. Das heißt, diese Keywords können wir alle einfach mit ranken, mit einer Seite. Da brauchen wir keine zusätzlichen Keywords. Und das ist jetzt eine Zuordnung auf Seitenebene. Dementsprechend sind diese Seiten und diese Keyword-Sets nur unsere Säulen, um die wir herum Fragen und Antworten bauen. Jetzt brauchen wir die richtigen Fragen. Wie findest du die richtigen Fragen? Das ist relativ einfach. Wir haben da sehr viele Möglichkeiten, das systematisch herauszufinden. Wir können ein kostenloses Tool verwenden, wie zum Beispiel AlsoAsk. Das liest einfach aus den Suchergebnissen diese Nutzerfragen auch Boxen aus und liefert uns dann diese Fragen. Das ist eh schon KI generiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das relativ ähnlich funktionieren wird, ist sehr hoch und das werden auch dann wahrscheinlich die häufigsten Fragen sein. Dann, was wir verwenden können, was ich einfach super praktisch finde, dahingehend, dass das alles sich die People AlsoAsk boxen, Nutzerfragen auch boxen. Die Fragen sind oft sehr holprig. Ein Tool, was das meiner Meinung nach flüssiger macht, ist sowas wie Perplexity. Da habe ich jetzt einfach nur nach Wohncontainer gesucht, dann habe ich eine Antwort gekriegt und dann liefert es hier mir ähnliche Fragen. Dann, wenn wir jetzt richtig sophisticated sind, das können wir jetzt natürlich aktuell nur auf Englisch machen, springen wir rein zu SGE. Das ist jetzt einfach über ein amerikanisches Google-Konto. Wir gehen rein in SGE, sagen Container House und sehen hier diesen generierten AI-Snapshot und sehen hier die Follow-up-Fragen. Natürlich, wenn wir das jetzt vorbereitend machen, das ist jetzt für einen amerikanischen Markt. Das heißt, das New York State Allow Container Homes ist jetzt, du solltest das logischerweise für den Markt machen, in dem du bist. Dann, was wir machen können, ich habe es leider schon vorweg genommen, ist, wir können Bing Copierpilot verwenden. Das heißt, wir fragen Bing zum Thema Wohncontainer und schauen uns die Follow-up-Fragen an. Welche Materialien werden für Container verwendet? Können Sie mir ein Beispielbild von einem Wohncontainer zeigen? Etc. Etc. Dann haben wir wieder weitere Fragen, die durch KI generiert wurden. Dann, was ich das allercoolste finde und ich war unglaublich positiv überrascht, ist Gemini. Gemini hat jetzt keine Standardfunktion, wo es so Follow-up-Fragen sind, aber ich habe einfach gefragt, welche Fragen haben Menschen rund um Wohncontainer? Und dann habe ich diesen unglaublich perfekten Aufbau bekommen. Also, das Lustige ist, hier drin sind eigentlich alle Fragen aus allen anderen Tools. Natürlich muss das nicht immer so sein, aber ich bin so beeindruckt von der Strukturiertheit von Gemini. Ich muss sagen, für solche Tätigkeiten ist mein favorisierter Chatbot. Ich zeige euch jetzt, wie vernichtend, peinlich, blamabel schlecht ChatGPT bei der gleichen Frage ist. Du kriegst halt etwas viel Ungeordnetes, wo viel weniger Struktur meiner Meinung nach dahinter ist. Also, es sind coole Detailfragen dann, aber es ist fast so bei Google Gemini, dass es genau den richtigen Abstraktionsgrad, auf dem ich mich bewege, verstanden hat aus irgendeinem Grund. Das kann natürlich Zufall sein, aber ich merke bei ganz vielen Sachen, die Antworten sind strukturierter. Ich glaube auch, dass ChatGPT4 aktuell extrem auf Sparkurs ist, also ressourcentechnisch ChatGPT. Es ist ganz, ganz selten, dass es noch Internet-Abfragen macht. Man muss wirklich dazu zwingen. Keine Ahnung, was die gerade aktuell für eine Krise haben. So. Und jetzt haben wir eigentlich, wir haben unser Fokus-Keyword, wir haben unsere Secondary-Keywords und darum haben wir die Fragen. Und natürlich, jetzt kommt der nächste Schritt. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie wir nämlich Antworten auf Fragen liefern, die eine hohe Chance haben, bei SGE, aber auch bei diesen ganzen anderen Chatbots zitiert zu werden. Also, ich experimentiere aktuell extrem viel damit und es ist lustig, wenn man gut darin ist, bei einem Ding zitiert zu werden, ist man wahrscheinlich auch ziemlich gut darin, bei einem anderen Ding gut zitiert zu werden. Ich glaube, dass die Funktionsweise einfach sehr, sehr ähnlich ist. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.